Seit mehr als 30 Jahren fertigen wir Brillenfassungen im Salzkammergut. Die eindrucksvolle Schönheit und Vielfalt unserer Natur spiegelt sich in jeder Johann von Gäusern wieder. Auf der Reise jeder Fassung gibt es wichtige Stationen, bei denen wir ausschließlich auf geschulte Augen und sorgfältige Handgriffe vertrauen. So arbeiten viele Hände über eine Woche daran, aus bis zu 20 verschiedenen Farbschichten eine einzelne Johann von Gäusern Farbkombination zu erstellen. Jede Fassung wird per Hand geschliffen und poliert, so lange, bis sie unseren hohen Standards entspricht. Nach drei bis vier Wochen erreichen unsere Brillen ihre vorerst letzte Etappe. Hier bekommt jede Fassung alles mit, was sie für ihre weitere Reise benötigt. Denn bald macht sich jeder Johann von Gäusern erneut auf den Weg. Ein echtes Stück Handarbeit kommt jetzt von Bad Gäusern zum glücklichen Träger. Zum Glücklichen Träger. Untertitelung des ZDF, 2020